Vergessen wir die Sache. Nein, du wagst es mich zu bestehlen, Mara! Oh, mein Schädel. Halt! Du wirst hier als Dieb gesucht. Ich weiß nicht, ob du von dir redest. Mach hier keinen Ärger, klar? Wir beobachten dich. Das kenne ich schon. Du wachst es mich zu bestehlen, Mara! Da! Stay in life, Moral. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Frau. Zeig mir deine Rome! Das war's für heute. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Dazu bist du noch nicht bereit. Bleib stehen, du Hund. Ich werde dich lehren, einen Org-Hauptmann zu verpfeifen. Jetzt wirst du bluten. Ich werde dich lehren, einen Org-Hauptmann zu verpfeifen. Die Waffe weg, Mora. Sofort! Mora! Das ist wie ein Dieb. Da! Bleib stehen, Mora! Ich werde dich zertreten, hier einen Vogel! Ich werde dich zertreten, hier einen Vogel! Ich werde dich zertreten, hier einen Vogel! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Gehörst du hier zur Mühle? Ich gehöre nirgendwo hin, Kleiner. Seit ich nicht mehr als Schmied arbeiten kann, finde ich mich nicht mehr zurecht. Was ist dein Problem? Ich habe meinen geliebten Schmiedehammer verlegt. Glaubst du, ich weiß noch, wo ich das Mistding gelassen habe? Wenn du meinen Schmiedehammer siehst, dann bringst du ihn mir. Ist das klar? Wo bist du denn in letzter Zeit gewesen? Ich war in der Stadtschmiede in Silben und habe ein bisschen in der Arena gekämpft. Irgendwo da muss ich den Hammer verloren haben. Verstehe. Ein besonders herrlicher Tag findest du nicht. Du bist Assassine? Richtig. Mein Name ist Kvadir. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Ich bin neu hier. So. Dann weißt du sicher auch nicht, wie es hier läuft. Mach nichts. Ich werde mich schon um dich kümmern. Mein Freund. Was machst du hier? Ich bin Beschaffter von wertvollen Arbeitskräften. Mein Freund. Du bist Sklavenjäger. Ein gerstiges Wort. Für diese verantwortungsvolle Aufgabe findest du nicht. Kümmerst du dich auch um entlaufende Sklaven? Hier in Silben sind die Söldner dafür verantwortlich zu erhalten, was ich ihnen bringe. Woher bekommst du deine Sklaven? Viele Menschen verstecken sich in den örtlichen Wäldern vor den Orks. Ich suche sie und überrede sie, für die Orks zu arbeiten. Zeig mir deine Ware. Du solltest meinen Rat annehmen. Ich weiß, Mann. Ich weiß. Kann dir doch egal sein. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ich habe damit kein Problem. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Man muss eben auffassen, was man so rumgezogen hat. Was ist los? Was ist los? Was willst du? Hast du nichts zu tun? Ich bin wache. Aber meine helle Barde ist verschwunden. Ohne helle Barde, keine Wache. So einfach ist das. Ich bin ich fahr salvierend. All die vorene geredet ist. Dreckig. Sehr gehe tu. Ich hab mir daslishing. Und wir wollen versuchen zu. Ich bin weg. Was ist wichtig? Ich bin weg. Diese wache Du… Und ich bin weg. Ich bin weg. Und ich bin weg. Ich bin weg. Das war haben familiär lounge, und das waren familiär.. 不是uncikarriker. Wie geht's? Miserabel. Was stimmt mit dir nicht? Fisch, Fisch. Immer nur Fisch. Ich kann diese stinkenden Dinger nicht mehr sehen. Wie läuft das Fischgeschäft? Anstrengend. Wir fischen hier wie die Bekloppten. Ständig kommen Karawanen und holen die Bieste ab. Wir kommen kaum hinterher. Ich hab hier ein Paket für dich. Mh, Waldbären von Bozeb. Herrlich. Seit die Orks die Wachen verdoppelt haben, war ich nicht mehr bei ihm. Besten Dank dem Kurier. Hier, nimm. Keine Zeit. Ich muss wachstehen. Alles klar? Steh hier schon seit Tagen. Hab Hunger. Ich will gebratenes Fleisch. Fünf Keulen. Ich habe gebratenes Fleisch für dich. Hier, David. Hier hast du Gold.